Beim Bau des Auerstadions haben sich die Arbeiter jetzt die Südtribüne vorgenommen. Derzeit verschwindet die alte Bausubstanz. Da nicht jeder die Baustelle betreten kann, hier ein paar Eindrücke vom Abriss. Im Stadion wurden seit Ende 2015 bisher die West- und die Nordtribüne erneuert. Südtribüne und Gästeblock sind der dritte und damit letzte Bauabschnitt. Ende 2017 soll die Baumaßnahme weitestgehend abgeschlossen sein.